Und damit jetzt Willkommen zurück zu Kingdom New Lands. Oder New Land? Ne, ich glaube es ist New Lands, ne? Also neuer Lande quasi. Okay, die ziehen jetzt tatsächlich alle rum. Das fällt mir nicht. Vor allem, weil das hier halt echt so ein Kackteil ist, ne? Hm, sehe ich noch nicht. Mach mal dat weg, mach mal dat weg, danke. Mach mal dat weg, mach mal den weg. Ist halt das Thema, ne? Hier ist halt nichts vernünftiges mit dem Turm davor. Hier kommt jetzt gleich das Lager von denen. Das heißt, hier gebe ich nochmal zwei Münzen. Danke. Und hier ist halt auch schon das... Na fuck, Alter, das wird richtig kacke. Aber realistisch ist das nicht gut. Weiß ich noch nicht. Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass hier auf jeden Fall noch ein... Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dass hier auch noch ein Turm hochkommt. Weil, also... Ne Mauer ohne Turm taugt nix, würde ich behaupten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die den Turm wegmachen, bevor sie die Mauer wegmachen. Weil wenn sie erst die Mauer wegmachen und danach den Turm angreifen würden, dann interessiert mich das nicht. Komm, ja mach dir erstmal... Zitier erstmal den Ding hinzu hoch. Du hättest auch kurz dazu helfen können. Ich finde es auch schade, dass ich die nächsten Bauschritte nicht gleich in Auftrag geben kann. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja komm, jetzt mach dir erstmal das Ding zu zweit fertig. Und dann mach dir das Ding nochmal zu zweit fertig. Ich habe nicht genug Geld, okay. Gibst du mir Geld? Nein. Du? Nein. Schlecht. Ja, scheiß was drauf, ne? Scheiß was drauf, würde ich sagen. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar mehr Bogenschützen, das ist gut. Gibst du mir noch Geld? Junge, hast du mir viel Geld gegeben, Alter. So, du nimmst das. Also drei Fuhren kriegst du auf jeden Fall wieder. Achso, ja, das ist okay. Jetzt Feierabend gemacht, schade. Äh, ich würde mal sagen... Achso, habe ich schon bestellt für die Seite, okay. Guten Tag. Wieso ist denn auf meiner anderen Farm keine? Ich hatte davon noch einen ganzen Arsch voll mehr. Ich hatte doch irgendwie vier gemacht und nur zwei... Gingen. Weil das hier auf der Seite so viele Wachtürme direkt hinter irgendwas ist, das ist so gemein. Warum ist diese Farm eigentlich immer noch nicht gebaut worden? Ich habe zu wenig von den... von den Reparateuren, ne? Gebt ihr mir Geld? Ehre. Komm, hier gehe ich nach? Oder ist das eine ruhige Nacht? Ist keine ruhige Nacht, okay. Fuck. Ich will da auf jeden Fall gleich nochmal hin. Und gucken, dass ich, äh... mir ein paar Arbeiter hole nach der Nacht. Ich warte kurz die Nacht ab. Ich weiß, das mache ich sonst nicht so oft. Einfach irgendwo rumstehen und warten, aber... Jetzt gerade ergibt das für mich Sinn. Warum habt ihr Geld dabei? Wahrscheinlich, weil irgendwas in der Farm rumlag, ne? Ich finde es auch hardcore geil, dass hier schon mal diese... Ja, ein Tribok ist es ja nicht. Aber erstmal schön dieses Katapult runterkurbeln, so auf Angriff. Marke. Kommen da jetzt welche raus, oder nicht? Ja, kommen welche, okay. Ähm. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass du gehst, ohne den anderen Scheiß gemacht zu haben, ne? Wieso sind hier plötzlich vier alte... Die haben das fertig gebaut. Wann? Und warum? Vielleicht gehen nach rechts auch keine, weil da, äh... Nicht sicher ist? Warte mal. Ich geh jetzt nochmal gucken, ob das Scheiß Portal zu ist. Muss das zu sein, oder? Danke. Oder so. Ich hab jetzt so viele Mühlen, aber nicht genug Leute, um die Mühlen zu besetzen. Ich brauch so viel mehr Leute. Weil dann gibt's mehr Geld. Irgendwann, ich muss sagen, das Return to Invest ist ja das Beste, um Geld zu machen. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob das ganze Geld, was ich da aktuell noch reinstecke, sich lohnt. Okay, ne. Geh, deck mich. Äh, oder ob, äh... Wenn man sagen müsste, sobald die Schatzkammer halt so voll ist, dass sie voll aussieht, sollte man's lassen. Dann kann ich mir nämlich auch vorstellen. Na ja, so nach dem Motto, ja, du Schatzkammer, was voll ist voll, ne? Also, voll ist voll. Also, da bringt halt noch 30 Mark mehr rein, stopfen auch nichts. Du kriegst halt wahrscheinlich nur länger Return to Invest oder so. Weil ich schätze mal irgendwann, über die Schatzkammer sich wieder leeren. Und dann lohnt sich der Return to Invest nicht mehr. Also, wir werden hier auf jeden Fall so lange bleiben, bis wir die, äh, Leute kaputt gemacht haben. Das soll ja klar sein. So, äh, ne, ich hab... Ist grad schlecht mit Geld, du. Pass auf, ich geb dir noch mal Geld. Dir geb ich Geld. So, und dann machst du das noch mal. Und dann holen wir uns davon noch mal einen Arsch voll. So, und dann machen wir noch ein paar Hemmer auf Vorrat. Wobei, Hemmer brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir könnten schon mal die hier holen, ne? Weil die wollen wir ja früher oder später eh haben. Und das halt anlegen erstmal Geld, ne? Also klar, davon haben wir ja nichts zurück am Ende. Außer, dass wir bessere Leute haben. Guten Tag. Das legt mich ja erschauf. Wieder nur zwei Mal und ich kann nicht mehr rennen. Komm, friss. Danke. Und Abfahrt. Habt ihr Geld für mich? Na, immerhin 3x80. Ich sehe von da nicht mal, wenn ein Gegner kommt. Da kommen Gegner. Ich glaube, ich könnte aber schon mal die hintere Mauer upgraden. Ich finde es ganz gut, dass hier auch immer solche stehen bleiben. Das das Katapult erst den ersten Schuss so komplett scheiße macht, verstehe ich noch nicht. Und dann könnt ihr das hier mal upgraden. Ich hätte ja erwartet, dass wir bis dahin fertig... Wollt ihr mich verarschen? Ihr braucht nicht erst eins zu Ende. Okay. Gut. Ich hinterfrag das jetzt mal nicht. Könnt ihr das bitte fertig machen? Ich hole mal kurz neue Leute. Ich hoffe, da stehen schon 3 oder 4. Das wäre richtig gut. Also 3 oder 4 wäre halt richtig Ehre, ne? Den würde ich vielleicht wieder stehen lassen sogar. Einer. Ach ne, 2. Okay, 2 immerhin. Naja. Naja. Die Dippeltonung liegt sehr groß auf. Naja. Ich glaube, die kann ja übrigens nicht stehen lassen. So, und dann würde ich den hinteren Wall nochmal ausbauen. Ich glaube, die Vorderung könnte ich auch nochmal ausbauen, genau. Aber ich würde halt erstmal den hinteren ausbauen, dass... Ah, ich habe nicht genug Geld. Ähm, die haben auch kein Geld mehr. Gut. Das heißt, ich gehe zurück. Lass mir mal ein bisschen Zinsen geben. Und dann könnte man auch schon überlegen, links mal anzugreifen, würde ich sagen, morgen. Also nicht am morgigen Tag, sondern am nächsten Tag. Also, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Die brauche ich eigentlich noch besser. Die sind eigentlich schon ganz gut. So, Servus. Gäbst du mir mal ein bisschen Geld? Danke. Säckle voll, ja. Gefällt mir sehr gut. Achso, ne. Angreifen sollte ich natürlich erst, weil ich genug Leute habe, ne. Äh, brauche ich gerade nicht. Ich könnte schon mal das Schiff holen. Lieber eigentlich noch nicht. Wobei, macht ja keinen Unterschied, ne. Also, ich muss ja eh noch richtig viel Geld da rein investieren, um überhaupt, äh... die Möglichkeit zu kriegen, ins nächste Land zu fahren. So, wir holen uns mal das hier. Zack. Habt ihr noch Geld? Ne, ne. Gut. Und euers will ich gerade eigentlich nicht. Mal schauen gehen, ob das Portal hier aus ist. Das ist aus. Das ist nicht mehr aus. Okay, gut. Warum nicht? Warum ist das jetzt wieder angegangen? Komm, geh mach mich. Aua. Leck mich. Ey. Hör auf, so weit springen zu können, du... Danke. Sehr unfreundlich. Meine Fresse, ey. So scheiße ist angegangen, weil... schon wieder Nacht ist. Jungs, laufen. Zack, zack. Hm, meine Leute sind auch schon leider in Deckung gegangen, ne. Leck mich hier nicht... schließe weg. Hab wir jetzt einen verloren? Ne, wir haben beide überhalten. Okay. Nein, behalt den Scheiß Danke Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Ritter Das ist schön Schön, schön Dann gehe ich mal auf die andere Seite, bau den Wald zu Ende Und dann würde ich sagen Morgen könnten wir den Angriff starten Könnten wir, könnten wir nicht Weil die bis morgen nicht da sind Aber die haben wir bis dahin schon mal Ansonsten ist halt auch alles voll Guck mal, da kommen auch noch zwei Das werden Farmer Ich denke nicht, dass ich da jetzt rechts schon wieder zwei neue haben werde Aber ich reise ja eh nach rechts Jetzt fängt er gleich wieder an zu kurchen, der Scheißgeholen Nein, das war nicht Das ist mal länger gedauert, das hier wartet ab Komm, wir bauen mal das Ding hier aus Los, zack zack Jungs Und danach bauen wir den hier aus Ich guck mal kurz, ob hier noch welche sind Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier schon wieder welche sind Ah doch, den kann man schon wieder Danke Ich kann mir eigentlich nie vorstellen, dass hier schon wieder welche sind Doch Einer zu Ne, zwei sogar wieder Ja, zwei sind zwei Ist hervorragend Beim letzten Mal habe ich schon wieder den Fehler gemacht, dass ich sofort Verkackt hatte mit dem ganzen Wie viele Leute ich habe Ich glaube ja Danke Den würde ich auch direkt mal auf Maximum ausbauen eigentlich Aber der kann ruhig erstmal Kannst du bitte erstmal eine Aufgabe zu Ende machen Offensichtlich nicht Ich verstehe die nicht Also die, die Priore-Setzung ist hier ganz seltsam So, ein Wall ist kaputt Ne, wir bauen jetzt erstmal einen Wachturm Aber warum? Mach doch erstmal den verschießenden Wall fertig, Freunde So, jetzt baut ihr bitte den Wall hier fertig Dann baut ihr den Wall hier auf Danke Zack, zack Okay, jetzt gehen sie hier wieder Beide dran zu Werk Ich verstehe es nicht Ich verstehe es wirklich gar nicht Also die Priore-Setzung von denen ist ganz seltsam Okay Hauptsache die kriegen den Scheiß jetzt fertig Bevor die Gegner kommen Weil ich habe gerade keinen Wall Weil die einfach keine Prioritäten setzen Statt, dass sie jetzt zu zweit An dem anderen Wall weiterbauen Nö Macht einer Der andere steht einfach nur rum Dann denke ich mir Okay, dann kann der eine Der gerade rumsteht Ja schon mal den anderen Wall fertig machen Also neu bauen Joa Dann fangen sie beide an den zweiten Wall zu bauen Also das ist einfach nur 10 von sind dumm, leider Ich meine theoretisch überlebe ich das wahrscheinlich auch ohne Weil eine Nacht da war Nicht gut So und den könnt ihr jetzt auch nochmal ausbauen Und beim nächsten Mal könnt ihr auch noch 10 von einschätzen Ach, jetzt kommt man dritter an, natürlich Leck mich doch am Arsch Ignorieren Tun als wäre nichts gewesen Ich lasse mich davon gar nicht belästigen So, das heißt die beiden holen sich auch noch so einen Scheiß Das ist gut Ich glaube, dann stecke ich aber schon mal ein bisschen Geld ins Schiff Was mir jetzt natürlich wieder Personen blockiert, leider Ich hatte eigentlich gehofft, dass gleich Tag ist Weil dann hätte ich hier mal kurz Guten Tag gesagt Ah, warte mal Ich sag dir ja, na guten Tag Ich kann dir nicht guten Tag sagen Also sehe ich es gerade nicht Du gibst mir gerade kein Geld Du kannst aber auch nicht los Okay Wild Aber okay Ah, guck mal Der gibt mir so viel Geld Nice Jetzt habe ich jetzt nicht begriffen Warum der mir gerade kein Geld geben kann Und ich ihn Jetzt kann ich ihn losschäden Komm, du gibst mir jetzt mal Geld, ne? Ja Oh, okay Jetzt ist aber Jetzt ist gerade auch richtig Geld aus der Schatzkammer rausgegangen Gut Kannst du mir das Geld bitte wiedergeben, du Penner? Danke Ich habe kein Geld mehr Sekunde Wir hören uns mal kurz von denen hier Geld Nein Nein Scheinbar haben wir uns kein Geld von denen Das ist mäßig gut Keuch nicht, du Scheißgaul Komm, friss doch Und abfahrt Wir zerstören jetzt deren verschießenden Ähm Könnt ihr bitte mit allemann angreifen? Also gut zu wissen, dass man jetzt zwei Gruppen schicken muss Ganz kurze Unterbrechung Hallo, ich habe Stopp gesagt So Kurze Zeit später Ich habe keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben Ach doch, wir waren am angreifen Meine Güte Länger als 15 Sekunden her Hab ich vergessen Feuer frei, Jungs Feuer frei Macht mal bitte dieses Portal hier kaputt Ja, danke Ich glaube, ich habe keinen mehr Außer denen Das ist jetzt nicht so gut Ich glaube, ich habe niemanden hinten Hau dir bitte ab Na doch, ich habe ja ein paar hinten, oder? Ah, nee Kommt hier bitte Und du auch? Vergnügen sich das gerade mit meinem Bauarbeiter? Okay Ich bin verwirrt Warum passiert nichts? Warum passiert nichts? Oh, das ist der einzige Nachteil, dass du danach einen harten Tag hast Weil dann wird es jetzt halt rechts abgehen, aber das interessiert mich ja nicht Oder ist es einfach instant Nacht geworden? Ich glaube, es war sowieso auf dem Weg nachts zu werden, ne? Hm, keine Ahnung Verstehe ich noch nicht ganz Äh, jetzt kommen da Leute Könnt ihr das noch fertig machen? Yes, that's a no Okay, die kommen auf einmal vom Felsen scheinbar Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele das sind, aber ich glaube ein paar Und vor allem ziemlich viele Masken dabei Wobei, geht eigentlich noch Ich liebe es ja, dass die Ne, da kommen und solche Okay Danke Könnt ihr denn bitte wegschießen? Ähm Könnt ihr noch treffen? Ja, danke Ich muss mir die Leute zurückholen, die ich hier gerade verloren habe Das waren vier Stück Komm, Freunde Ich finde es auch gut, dass die immer in die falsche Richtung rennen Noch eins Hallo Ich habe kein Geld Birjek Die hätten ja mal wenigstens 3,80 Mark haben können, die Penne Na toll Und die haben auch alle kein Geld mehr, ne? Doch Die hat Geld, okay Gib Drei Danke Hast du noch eins? Ja, okay Perfekt Dann kann ich wenigstens die zurückholen, die mir gerade verloren gegangen sind Gut Dann brauche ich noch neues Werkzeug Dann mache ich glaube ich erstmal gleich drei Eins Zwei Drei Drei Vier Und ich hätte gleich mehr mitnehmen können, wenn ich noch eine Mark mehr gehabt hätte Habe ich aber nicht Ich kann den Scheiß hier nicht fertig bauen, weil ich keinen Leck Ist doch kacke Ja, danke Danke, habe ich gesagt Komm, friss Wir reiten jetzt noch kurz wieder in der Mitte Und dann ist gut Mit Arbeit Ja, hier Verpiss dich Ich muss mir auf jeden Fall nochmal angucken, was links da jetzt eigentlich passiert ist Und ich muss gleich mal ein paar Hammer ausbilden Also wie gesagt, ich werde drei Drei Hammerbuben, glaube ich, ausbilden Weil ein paar Hammerbuben haben ist besser, als ein paar Hammerbuben brauchen So, hier arbeitet immer noch keiner Das gefällt mir nicht Warum nicht? Wirst du, weil ich Leute habe, ne? Ja, ich glaube schon Ich müsste halt erstmal die ganzen Farmen, die ich habe, überhaupt voll kriegen So, Servus Habt ihr Geld für mich? Ah, eine Mark Und ein paar mehr Mark Und Ist hier noch einer, oder? Ah, hier ist noch einer, okay Und hier ist noch einer Weil das Ah, weil das Boot jetzt steht Sind mehr Leute hier Cool Gefällt mir So, pass auf, ja? Eins Zwei Drei Jetzt gibst du mir Geld bitte Danke Und du gibst mir auch Geld bitte Und du kriegst Du kriegst 20 von mir wieder Okay, du kriegst keine 20 von mir wieder Weil du gehst Schade Und davon brauchen wir wieder ein paar Gut, dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Vielen Dank fürs Zuschauen Hau da rein Bis dahin Tschüss Tschüss Tschüss